Hallo, in diesem Videotutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ganz einfach ein Avatar erstellen können, beziehungsweise irgendwelche Bilder dahingegen verändern können, dass Sie hübsche Effekte einfügen oder auch eine Animation, zum Beispiel eine GIF, erstellen können. Dazu öffnen Sie Ihren Standardbrowser und surfen auf www.http.avatar.fo.to Ausgesprochen heißt es in avatar.foto und hier sehen Sie auch schon, dass ich einige Bilder schon durchprobiert habe. Da sehen Sie die Liste hier oben links und daneben befinden sich die bereits bearbeiteten Bilder. Zunächst müssen Sie auswählen, ob Sie Ihre Festplatte nach Bildern durchsuchen möchten oder ob Sie fertige Bilder im Internet bereits hochgeladen haben und diese von dort beziehen möchten. Dies wählen wir jetzt in unserem Fall auch aus. Nun werden wir gefragt, wie die URL denn heißen soll. Ich habe das schon mal fertig rausgesucht. Wir nehmen einfach eine fertige JPEG-Datei im Internet und per Copy Pass einfach einfügen. Dann noch ein Klick auf Einfügen und das Bild wird von der Homepage heruntergeladen und in unsere Zwischenablage mehr oder weniger kopiert. Nun wird es auch standardmäßig ausgewählt und jetzt können wir auch schon loslegen. Wählen wir zum Beispiel mal Make-up-Foto. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Bild direkt bearbeiten zu lassen, ohne selbst etwas in die Hand nehmen zu müssen. Dazu legen Sie dann einfach auf das Bild und Sie haben diverse Einstellungsmöglichkeiten, wie Sie das Bild verändern können. Zum Beispiel Gesichts-Make-up, Augen-Make-up, Zahnaufhellung oder ein Glamour-Effekt. Jetzt können Sie hier einen Haken aktivieren und dann werden die Farben korrigiert. Aber das Bild ist an sich auch schon recht gut aufgenommen, daher können wir uns diesen Schritt sparen. Gehen wir direkt weiter zu Enhanced-Foto. Hier können Sie ja bereits sehen, dass das Bild etwas optimiert wird. Das heißt, die Farben werden gekräftigt, wie zum Beispiel an den Blättern zu sehen, dass sie viel sättiger sind auf der rechten Seite. Und alles in allem macht es danach einen besseren Eindruck. Gehen wir weiter zum Fotoeditor. Der Fotoeditor gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Bild ganz einfach zu bearbeiten. Das heißt, Sie klicken einfach auf Ihr Bild drauf. Es wird geladen in unsere Maske und nun können Sie ganz einfach das Bild bearbeiten. Machen wir zum Beispiel ein Auto-Make-up. Wurde ein wenig das Make-up verbessert. Setzen wir auch einen Glamour-Effekt. Um die Stärke bzw. die Sonnenlicht-Einstrahlung zu verändern, können wir oben den Schieberegler nach rechts schieben. Damit verändern wir dann die Werte. Und wenn uns das gefällt, können wir auf Applied klicken und übernehmen das Ganze dann. Das sind jetzt nur zwei von vielen möglichen Veränderungsmöglichkeiten, die Sie hier beim Fotoeditor finden. Den Rest können Sie sich ja mal bei Interesse selber anschauen. Gehen wir weiter zum Funny-Foto. Hier sind bereits vorgefertigte Bilder, in die Sie jetzt nur noch Ihr Porträt einfügen müssen. Dazu sind bestimmte Bereiche transparent geschalten und dort wird Ihr Foto einfach integriert. Wählen wir irgendein Foto mal beispielsweise aus. Und zwar das Icecap. Zuerst müssen wir natürlich das Foto anwählen. Klicken wir nochmal auf Icecap. Und wir sehen, wir haben so eine Eiskugel und in der Mitte ist unser Bild, was wir ausgesucht haben. Falls Sie das Bild auch abspeichern möchten, können Sie hier unten einfach auf Festplatte speichern klicken oder die URL erhalten. Auch haben Sie die Möglichkeit, auf der Homepage hier ein Account einzurichten und dort das Bild abzuspeichern. Gehen wir jetzt weiter zum Cartoon-Foto. Wie Sie hier bereits sehen, kann man hier kleine GIF-Animationen erstellen. Man hat das Ausgangsbild und aus dem Bild nochmal ein lächelndes Gesicht, wie bei der Mona Lisa zu sehen hier. Klicken wir mal auf unser Bild und wir sehen schon, wie mehr oder weniger das Bild verunstaltet wurde, weil wir hier ein Troll ausgewählt haben als Cartoon. Wählen wir jetzt zum Beispiel mal einen Wink aus, also einen Zwinkern. Und das macht schon einen besseren Eindruck. Wählen wir jetzt zum Beispiel noch Flirt aus. Und falls Sie zwischendurch das Original nochmal angucken möchten, klicken Sie einfach oben auf Source. Und falls Sie mit dem Resultat noch einmal vergleichen möchten, wählen wir auf Result. Auch hier gilt, falls Sie das abspeilen möchten, es gibt immer diese Buttons, beziehungsweise den Share-Button, um es gleich mit Ihnen Freunden zu teilen. Nun noch auf das letzte, und zwar den Avatar-Foto. Hier können Sie wie beim Cartoon-Foto eine nette GIF-Animation erstellen und diese dann folglich als Avatar nutzen. Klicken wir zunächst auf unser Avatar, beziehungsweise unser Ausgangs-Foto. Und jetzt suchen wir uns ein Avatar heraus. Ich nehme mal das mit dem Schnee. Wird kurz geladen. Und wir sehen schon, es fliegt ein bisschen Schnee daneben. Die Animation lässt sich auch ohne Probleme ausschalten. Dazu einfach einen Klick auf die Checkpoints hier unten. Falls wir sie wieder haben möchten, einfach normal draufklicken. Auch die Geschwindigkeit lässt sich einstellen, beziehungsweise die Bilder, die im GIF abgespielt werden sollen. Und auch hier die Möglichkeit, wieder auf Festplatte zu speichern, beziehungsweise es mit Freunden zu teilen. Alles in allem eine wirklich interessante Seite, die man für vieles verwenden kann, bezüglich der Bilder. Es beherrscht die Online-Bearbeitung, ein Avatar-Modus und auch sinnlose Sachen, wie zum Beispiel den Cartoon-Foto. Okay.